So. Wo ist denn da überhaupt? Wo bist du? Warte. Geht das da hinten? Hm. Okay. Hm. Dann gehen wir da hin. Okay. So. Plötze. Plötze, Plötzi. So. Was, Roach? Wat? Okay, auf Englisch heisst der Roach. Plötze, okay. Hm. Okay, Geralt mit den Roach reiten, was? Okay, Geralt, alles klar. So. So sehr mag er Roach. Roche. Nee, ich bleib bei Roche. Hm. Galopp, 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 galopp. Galopp, galopp. Können wir hier durchgehen? Gut. So. Galopp, 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 galopp. Galopp, galopp. Galopp, 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 galopp. groovesnel, galopp, 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 galopp. Odurda, galopp, galopp. your way in the ul arguable. Werde schon entdeckt. Okay. Haben wir schon gesehen. Hm. Okay, so ist es halt so. So, wollt ihr also spielen? Na schön. Wo seid ihr denn? Da bist du. Hm. Okay, noch so ein Bogen, Heini. Wo bist du hin? Wo bist du? Da bist du. So. Anführer. Ah Mist, ich habe das noch. Moment. Ne, ne, lass mal. Nicht töten. So. Setz dich davon, hä? Hm. Na wirklich. Willst du nochmal angreifen? Warum hat es nicht geklappt? Warum klappt es nicht? Okay, scheiß drauf. Es hat nicht geklappt. Das Parieren hat nicht geklappt. Und das Konton. Okay. Es funktioniert nur bei bestimmten Gegnern. Alles klar. Danke, Spiel. So. Hey ja. Hui ja. Okay, noch einmal. Das lasse ich jetzt nicht hier. Das wird nicht geduldet. Noch einmal. Weg hier. Ich sag dir weg. Na wartet. So, schnell dahin düsen. Die sind dran. So, schnell dahin. Ja, beruhig dich. So, speichern. Und jetzt sind sie dran. Moment, wenn. So, und los geht's. So, bitte anzuspielen. Mal wieder, hä? So. Brüche. Aha, wirklich. Hören Sie das ernst? Ist ja spannend. Hm. So. Willst du jetzt durchspielen? Na schön. Okay, die finisher-moves hier. Hier sind sie interessant. Und wie? What the hell? Und das ist nicht mal ein Mod. Nicht einmal ein Mod ist das. Hm. Cool. Nödel, okay. Tja. Ne, stopp, stopp, stopp. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Ein halbierter Typ. Hm. So. Was waren die? Okay, was haben wir die bewacht? Kronen, Lederstücke. Schema, Hapje. Wasserweib absurd, okay. Hm. So, was haben wir hier? Okay. Noch eins. Nicht. Okay. Hm. Na gut. Rooch. Plötzsch. Komm her. Was passiert jetzt da vorne? Oder nee, Roche. Komm her. Ich nenne dich jetzt Roche. So. Äh, ist sonst noch was in der Nähe? Moment. Wow, there, Roche. Ja, okay. Ich nenne den Ernst auf Rot. Ich will es mich verarschen. Ach ja, apropos Roche. Was geht? Wie sieht es mit ihm aus? Und. Wie hieß die? Keine Ahnung. Volltes Kind. Doch, da. Hm. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ist da unten was? Was haben wir denn hier? Schmuggelverstück. Ja, warum nicht? Nehme ich gerne mit. Cool. Und. Da ist noch mehr. Ja. Nice. Okay, ein Schmuggelverstück haben wir auseinander genommen. Schön, schön. So. Okay. Dann kommt das hier. So. Genau, schneller. Immer schneller. Okay, läuft jetzt alleine. Ich glaube, was soll ich denn hier? Ja, verschwinden wir. Dahin bitte. So, ich komme später zu euch. Jetzt mal das hier. Ist das hier wieder so ein Ding? Ich glaube, was wir befreien können. So. Das ist mir nicht gut. Das hätte besser laufen sollen. Hm. Da, gut was essen. So. Okay, machen wir jetzt das Eigentliche. So. Du, 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 du. Wow, wow, wow. Hä? Wo ist denn da der Eingang? Wo ist denn da der Eingang? Da oben. Wo ist denn da der Eingang? Wo ist denn da der Eingang? Okay, er kann runterrutschen. Interessant. Aber er soll da hochrutschen. Wo ist denn da der Eingang? Wo ist denn da der Eingang? Ja, was war hier? Achso. Hm. Wie kommen wir denn da hin? Sehe ich da was nicht? Die Brücke ist abgestürzt. Die Brücke oder die Treppe. Und was dann? Kann er nicht hin, okay. Hä? Von da rüberspringen? Hm. Von da rüberspringen geht auch nicht. Wieder hoch. Ah, hier. Okay, muss noch mal laden. Da ist es. Es ist spannend. Immer wieder als gleicher sehen. Okay, das Ding war. Moment, wo war's? Äh. Es war da hinten. Oh, shit. Äh. So. Hier hin. So. Äh, okay, jetzt müssen wir noch da hin. Moment. Moment. Aber jetzt müssen wir verarschen. Okay, Moment, das war falsch. Dat war falsch. Dann nochmal hoch. So. Noch einmal rennen. Okay, wir sind hier ran und dann dorthin. So. Jetzt sind wir da. So. Gut. Hapsa. Gut. Und Hapsa. Und Hapsa. Und Hapsa. Und Hapsa. Das ist der Tür. Hm. Hier war der noch in so einem Bogenhain. Wo ist denn der? Ah, bist du. Nein, mein Asch gehört nicht dir. Das gehört mir. So. Und nur jener verdarf daran rumspielen. Hm. Nein, nein, nein. So. Was willst du tun? So, nimm das. Beine verloren. Da bist du jetzt aber arm dran. So. Und das sage ich jetzt, weil du den Arm noch dran hast. Alles andere nicht. So. Hm. Ja gut. Noch so ein Deserteurlager. Vernichtet. Warum nicht? Hm. Was haben wir denn hier? Hm. Ausmachen. Was haben wir hier? Zornig, schinkgekitzelte Zeilen. Okay. Wie erkennt man das, dass es zornig war? Wofür soll ich sterben? Verdammt für Temerien. Vater ist dafür gestorben. Meine drei Brüder sind dafür gestorben. Und was war ihr Lohn? Nichts. Ich meine ein anständiges Begräbnis. Vater hat immer gesagt, ein kluger Mensch lernt aus den Fehlern anderer. Und ich lerne gerade aus seinen Fehlern. Statt für Temerien zu sterben, werde ich diejenigen ausrauben, die die Söhne Temeriens töten. Okay. Wir haben eine Lager aufgeschlagen an einem guten Platz. Mitten im Wald, in der Nähe der Altenmühle. Und jetzt sind wir bereit für unseren ersten Raubzug. Tja. Das wäre nicht geduldet. Auch wenn ich seinen Fuß verstehen kann. Verhörprotokoll. Weiper Stahlschwert. Hm. Was ist das denn? Oh. Zama Wettfestung. Beteiligte Personen. Ignatius Verrieres. Bart. Okay. Der Bart ist da. Gerichtsdiener Andreas Blume. Ignatius, untergebene Kermiker, die und Belsi. Kolgrim, Hexer der Weiper Schule. Moment, Weiper. War das nicht die Schule mit von Lefau? Der Hexer Kolgrim wird beschuldigt, Witti entführt zu haben, den Sohn von Paul, einem Imker in Weissgarten. Der Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen. Bei der Verhaftung wurde er durchsucht und es wurde ein Schema zum Schmieden eines Stahlschwerts sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass dieses Schwert verwendet wurde, um das entführte Kind einzuschüchtern oder womöglich zu töten. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte über weitere Schemas zum Schmieden totbringender Waffen verfügt, obwohl sie bislang nicht gefunden wurden. Ritter Ignatius hat ein vorläufiges Verhör mit Anwendung von Folter angeordnet. Dieses erfolgt, sobald ein Folterer mit geeigneten Qualifikationen gefunden wurde. Es hat sich später herausgestellt, dass für das verschwindende Zungen ertrunkene verantwortlich waren. Leider starb Kolgrim, bevor diese Information die Ermittler erreichte. Na toll. Der Hexer hatte an Nordall dem Urteil des Ritters vorgezogen. Ritter Ignatius war einverstanden und befahl, die Gruft der Familie Verriers von Geistern zu befreien. Kolgrim hat die Gruft nicht mehr verlassen. Wahrscheinlich hat ihn die Ansammlung von Geistern, Erscheinungen und bösen Märchen darin überwältigt. Okay, interessant ist dieses Schema. Wie sieht das aus? Was ist denn hier? Alchemie, Handwerk. Stahlwaffe. Stufe 2. 49, 61. Okay, benötigt Stufe 2 von was? Von Stufe 8 da. Okay. Haben wir bald. Man könnte wieder zerstellen lassen. Cool. Schön. Dann haben wir ein besseres Schwert. So. Hm. Und hier noch ein paar Zutaten. Schön. Da ist noch was. Dankeschön. Sonst noch was hier? Nix. Okay. Hm. Na gut. Zaunrübe. So. Okay, das hätten wir. Wir kommen jetzt ein bisschen runter. Okay, so. Schön. Dann mal zu ihm. Oder was ist noch was in der Nähe? Da unten. Dann haben wir die Fragezeichen schon mal weg. So. Ich bin gleich da. Bald bin ich da. Der Trunkene. Hm. So. Hm, 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 hm. Hm. Okay. Oh, da wurde eine verbrannt. Hm. Tja, ja. Okay, da müssen wir runter. Hm. Was haben wir denn hier? Hm. Was haben wir denn hier? Das Begabende Leichname, behängter Deserteurer und Aufständiger. Aufständischeus hier mit Tönismus verboten. Hm. Wohl bestraft. Hm. Ja, toll. Was haben wir denn hier für eine Party? Keine Party? Okay. Dann gehe ich wieder. Oder was haben wir hier? Mädchen? Achso. Leben die noch? Ja, die leben noch. Okay. Wir sprechen über das später. Ja, gut. Wenn die noch leben, dann ist es langweilig. Die Ertrunkenen, was bewachen die? Bewachter Schatz. Okay, das bewachen die also. Schön zu wissen. Ne, ne, ne. Oh, das hat explodiert uns. Hui. So. Komm her, du. Hm. So. So. Schluss mit bewachen. Ist jetzt vorbei. Okay, nur einer hat was. So mitnehmen. So. Bewachter Schatz. Was? Wie kovarische Klinge. Meister Gegenstand. Uh. Präzisionsbolzen und Wehrwolf-Absud. Hm. Nice. Was haben wir hier? Jägerstiefeln. Okay. Breitkopfbolzen und Drachentraum. Mann, das gibt's heute. Cool. Noch mehr Schätze. Ist ja geil. Okay, was haben wir denn hier? Meistergegenstand. Hm. Macht weniger Schaden. 30, 36. Also 34. Macht aber noch plus 4% Chance auf Bluten. Okay. Nur 4% ist viel zu wenig. Und dafür Meistergegenstand. Ja gut, aber dafür das hier. Wie sieht's aus? Ja, das geht. Ist akzeptabel. Akzeptables. Plus 2 Zeichen. Und plus 2 Art. Ja, naja. Na ja, werde ich weniger benutzen, die. Hm. Ach, jetzt sehe ich das hier. Ja, das habe ich beim The Witcher 2 nie gesehen. Diesen Kreis da. Wo man dann hier diese Runden platzieren kann. Hm. So war's. Okay, spiele ich mal Hotscotch. So.